Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen zu einem neuen Video von mir. Mein Name ist Claudi und ich begrüße dich ganz ganz herzlich in meiner Welt. Heute habe ich einen kleinen spontanen Haul für euch, weil doch das ein oder andere Produkt jetzt kurz vor Weihnachten nochmal bei mir eingezogen ist und das wollte ich dir jetzt in diesem Video nochmal zeigen. Und ein paar Last Minute Weihnachtsgeschenke habe ich hier auch noch, die ich echt auf den letzten Drücker bestellt habe und die Gott sei Dank heute noch eingetroffen sind. Also wenn du Bock drauf hast, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken. Dann lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. Und in diesem Video kannst du sogar eine Juwelkerze gewinnen. Das ist diese hier von Daniela Katzenberger in der Winter Edition und die riecht mega angenehm nach Mandarine. Ja, so schaut sie aus. Das ist eine große Juwelkerze und da drin enthalten ist ein Ring. Und ich glaube der Ring ist in der Größe L, weil hier unten drunter steht irgendwas mit L. Die hatte ich tatsächlich, als ich Black Friday gekauft habe bei Juwelkerze, gerade ist mir dazu gekommen. Und ja, ich habe mir gedacht, es macht Sinn, wenn ich die jetzt hier im Video mal verlose. So, wir starten einfach mal mit einem Produkt, welches ich gerade auch trage. Das ist hier dieser Pullover. Ich habe von G.K.L. mit wieder ein paar Sachen aussuchen können. Die zeige ich dir jetzt direkt mal in dem Video, weil du kannst jetzt aktuell, und ich glaube das gilt auch nur fünf Tage lang, mit dem Gutscheincode ClaudiaDEC. Ich blende dir das hier auch mal ein. Also Claudia December ist es dann quasi. 20% bei G.K.L. Spahn. Also, schau da auf jeden Fall vorbei. Die haben richtig schöne Winterprodukte, Weihnachtsprodukte jetzt nicht unbedingt, also nicht so Weihnachtspullover, sondern schöne warme Winterprodukte. Und ja, ich habe hier jetzt das erste Produkt an. Das ist so ein schöner, mintgrüner Pullover, der so weich ist. Ich will ihn nie wieder ausziehen. Der ist echt toll. Der passt voll zu meinen Haaren, der passt zu meinem Teint. Und ja, ich finde den voll schön. Ich stehe mal kurz auf. Also, der ist nicht, also der ist quasi hier oben ein bisschen enger am Hals geschnitten. Ich mag ja überhaupt keine Rollkragenpullover. Übrigens, Look zu diesem Video, mein Fullface, Too Faced kommt noch online oder ist schon online. Genau, dann ist der auch schön lang von den Ärmeln her. Also, die Ärmel sind schön lang. Hier am Bauch ist der recht kurz, ne? Also, das ist ja dieses Moderne, dass es so ein bisschen cropped ist. Aber ich finde, also, das ist one size. Ich bin 1,73 Meter groß und wiege, Gott, was wiege ich denn? Ich habe gar keine Waage zu Hause. Irgendwie, keine Ahnung, 65, 70 Kilo, so den Dreh, ne? Das ist bei mir. Der sitzt super, ist auch schön locker hier am Bauch und ist halt so ein bisschen cropped. Das heißt, eigentlich müsste man den mit einer High-Waist-Jeans tragen. Ich habe eine, was ist das hier? Jogginghose an. Läuft bei mir. Ja, es ist heute ein Jogginghosen-Day bei mir. Genau. Und die finde, also, das Oberteil mag ich richtig gerne. Und ich meine, guck dir das an. Dieses Zopfmuster ist wundervoll. Die Farbe ist richtig schön. Und das ist so richtig weich und kuschelig. Und das ist einfach voll der Winterpullover. Ich mag den. Ich finde den toll. Ich habe noch ein paar andere Teile, drei Stück. Die ziehe ich jetzt auch eben kurz mal an und zeige dir die auch mal. Ja, genau. Oh mein Gott, diesen Pullover liebe ich ebenfalls. Oh, ist der schön. Das ist auch das erste Mal, dass ich die Produkte anziehe. Ich hätte die eben noch nicht an. Ich habe sie geschickt bekommen und noch nicht angezogen. Auch der ist ein bisschen kürzer, aber der ist ein bisschen länger als der, den ich eben anhatte. Also, ne, von der Länge her vollkommen in Ordnung. Der ist hier so ein bisschen eingeschnitten. Das heißt, da würde ich schon einen Top drunter tragen oder sowas. Der ist so flauschig. Hat hier so einen V-Ausschnitt. Die Ärmel sind wieder richtig schön lang, ne. Also, richtig, richtig toll. Gefällt mir richtig gut. Und guck dir mal an, wie flauschig der ist. Hier siehst du das richtig, ne. Krass. Ist auch wieder One Size, also quasi Einheitsgröße. Und, ja, weil der halt auch so ein bisschen weiter geschnitten ist, passt der dann auch wirklich komplett allen irgendwie, finde ich. Ich mag den. Ich finde den voll flauschig. Und hier auch so ein bisschen weiter an den Ärmeln. Das kannst du auch hier so ein Dingseln. Aber ich habe das gerne, wenn ich dann auch so ein bisschen fluffiger das unter den Achseln habe. Das ist auch sehr geil. Aber das ist so ein richtiger Weihnachts-Winterpullover. Boah, guck dir das an, wie flauschig der ist. Oh mein Gott, ich raste aus. Ich finde den echt klasse. Doch, da freue ich mich drauf. Da freut man sich drauf, wenn dann Schnee fällt und man den tragen kann, weil der so schön warm ist. Der ist richtig warm, ne. Das muss ich wirklich sagen. Der ist jetzt nicht absolut rein weiß. Hier habe ich jetzt einen Flusen. Genau, weil das hier wäre jetzt rein weiß. Und hier siehst du dann den Unterschied quasi, ne. Der ist so ein bisschen cremeweiß. Und ich glaube, der heißt sogar more than fluffy oder sowas. Boah, richtig geil. Den Pulli mag ich richtig gerne vom Ausschnitt her. Ich glaube, das nennt sich so U-Boot-Ausschnitt oder so. Ne, ich mag das ganz gerne, weil ich habe Mini-Möppen und die werden damit halt ein bisschen vergrößert optisch. Oh, es ist wie das. Ja, auch das fühlt sich richtig schön an. Richtig geil. Also, ne. Die Bündchen hier sind auch voll schön. Ich meine, guck dir das mal an. Das gefällt mir auch richtig gut, dass die halt so ein bisschen dicker sind, ein bisschen abgesetzt. Das passt halt super zum Winter. Und der, also, ist richtig kurz. Also, der ist richtig, richtig kurz. Da muss man eine richtige High-Waist auch zu anziehen. Oder man zieht da so einen Rock an. Das kann ich mir auch voll gut vorstellen. Den du dir halt bis hier bis zum Bauchnabel hochziehst, ne. Mega geil. Also, das finde ich auch echt schick. Oh, man, ich fühle mich so schick in diesen Klamotten von Chiquelle immer, muss ich gestehen, ne. Das ist so ein bisschen modisch, ein bisschen, aber nicht zu krass modisch, dass man denkt, oh mein Gott, das würde ich niemals anziehen. Ich finde es richtig elegant und, ach, ich mag das voll gerne. Das könnte ich auch voll gut auf der Arbeit tragen. Halt das hier wirklich in Kombination mit einem High-Waist-Rock oder mit einem allgemeinen Rock, den man halt etwas höher zieht. Voll schön. Doch. Ne, und das ist jetzt hier auch die Größe M. Also, wirklich, äh, passt bei mir 1A, Größe M. Äh, ja. Ich mag's. Dieses Kleid erforderte gerade etwas Hilfe von meinem Freund, weil ich, äh, da ist ein Reißverschluss hinten dran, den musste ich zukriegen. Die Farbe ist ja mal richtig geil, oder? Das gefällt mir. Das kann ich auch Weihnachten anziehen, weil das schön dick ist. Das ist so ein Leinenkleid, was in so einem, ähm, Rot-Kupfer-Ton ist, würde ich mal so sagen, von der Farbe her. Das ist oben auch angenehm vom Ausschnitt her. Diese Ärmelchen, guck sie dir an. Das sind so kleine Puff-Ärmelchen. Das sieht so ziemlich festlich aus. Ich mach mal meine Zotteln hier nach hinten. Ne? Das sieht voll schön aus. Das gefällt mir. Und das ist auch wirklich, ach, qualitativ hochwertiger Stoff. Das gefällt mir. Es ist super, super toll geschnitten. Das ist jetzt Größe 38 bei mir. Äh, du hast hier noch so abgesetzte Nähte, sodass das Ganze hier auch wirklich figurbetont ist, aber halt auch nicht zu figurbetont, sodass du hier quasi noch ein bisschen Polster für den Winter haben kannst. Ähm, ja. Von der Länge her ist es recht kurz. Ich zieh mal eben meine Schühchen aus und steige auf mein Stühlchen. Das ist ja immer hier hochprofessionell bei Claudies Welt. Ich sag dir das. Eleganterweise trage ich hier tatsächlich eine wunderschöne Jogginghose drunter. Äh, ich würde es tatsächlich mit einem, äh, mit einer Leggingsons tragen. Ansonsten wäre das wahrscheinlich ein bisschen kurz, ne? Weil wenn ich mich bücke, dann sag ich, mein Pop ist guten Morgen. Dann brauche ich nicht haben. Ist tatsächlich eher so ein Frühlingskleid. Ähm, ja. Nö? Das kann ich dir jetzt hier auch mal von hinten zeigen. Äh, weil, ja, Reißverschluss, ne? Geht halt komplett runter. Und, ähm, ich fühle mich sehr schick damit, muss ich gestehen. Also jetzt auch mit dem Two-Faced-Make-up fühle ich mich gerade wie so eine Fashion-Lady, wie so eine Fashion-Bloggerin, die jetzt irgendwie so High-Fashion-Fotos machen würde oder so. Was ich nicht tue, weil ich sowas nicht kann. Aber, ähm, das sieht gerade alles sehr elegant aus, oder? Wenn ich hier so sitze und mich im Display sehe, denke ich mir auch, ja. Die Frau macht das professionell, doch. Und steigt danach auf ihren Stuhl. Aber gut, ja. Das lasse ich jetzt auch einfach mal direkt an. Also ich mag das wirklich gerne. Das ist sowohl jetzt so ein Winterkleid für wärmere Wintertage, die wir jetzt einfach jetzt auch gerade haben. Wir haben es teilweise über Tag 15 Grad. Ähm, als auch so ein leichtes Frühlingskleid. Das heißt auch, glaube ich, Early Sunday, äh, Sunlight Dress oder so. Ich mag diese Puffärmelchen so gerne. Das ist so ein bisschen retro, ne? Och, gefällt mir richtig gut. Geil, oder? Wenn du auch was von Chiquel haben möchtest, dann verwende gerne meinen Gutschein-Code. Da kriegst du es dann etwas günstiger. 20% ist mal nicht wenig. Und, ähm, ich mache jetzt einfach mal weiter mit dem Haul und zeige dir, was ich sonst noch so hier als Neuzugang begrüßen durfte. Ja, vielen, vielen Dank aber an Chiquel für diese großartige Kooperation. Also ich finde es großartig, dass ich mir solche geilen Produkte aussuchen darf, oder? Läuft. Okay, ähm, Ich habe neue Produkte bei Look Fantastic gekauft. Die haben ja nicht nur die Look Fantastic Box, die ich ja mir bestelle, auch im eigenen Abo habe, sondern auch, ähm, ja, ganz normale Make-up und Pflegeprodukte. Und, ähm, in meinem Gesicht trage ich schon den Concealer und die Foundation, die ich mir gekauft habe, und zwar von Too Faced. Das ist die Born This Way-Geschichte. Ähm, ja, ne? Einmal die Foundation und einmal den Concealer. Und, äh, das ist jetzt die Farbe Vanilla. Fand ich im ersten Step, als ich das drauf gemacht habe, so, huch, das ist aber doch etwas dunkel geraten. Und als ich dann aber auch Puder und sowas drüber gegeben habe und jetzt auch mit diesem warmen Augen-Make-up, ähm, ist das alles doch irgendwie ganz gut. Es funktioniert, ne? Also ich sehe immer noch irgendwie so einen Unterschied zwischen meinem Gesicht und meinem Körper, meinem Hals. Aber ich finde, dass es klar geht. Also das ist schon von der Farbe her in Ordnung. Und, äh, ja, würde ich jetzt nicht sagen, dass das ein Fehlkauf war, weil das einfach auch sehr, sehr gute Produkte sind, die ich weiterverwenden werde. Ich bin jetzt einfach nur richtig, richtig blass aktuell. Genau. Dann habe ich mir noch den Hangover Primer verwendet. Das ist ja der 3 in 1, äh, Primer. Damit kannst du dein Gesicht... Ach, Quatsch. Das ist eigentlich... Ja, gut. Es ist ein Primer, ein Setting Spray und ein Set & Refresh Spray. Das heißt, du kannst es entweder vor dem Make-up verwenden, nach dem Make-up, also um die ganzen pudrigen und cremigen Texturen miteinander zu verbinden. Oder jetzt zum Beispiel, wenn du so zwei Stunden nach dem Videodreh vor der Kamera sitzt und dir denkst, ach, ein bisschen Refreshment gönne ich mir. Ne, da kannst du dann alles nochmal so ein bisschen aufleben lassen. Genau. Ja, ähm, genau. Das fand ich auch ganz cool. Dann hatten die da mehrere Aktionen. Das war jetzt nicht zum Black Friday, glaube ich, oder? Ne, ich glaube, das habe ich später mal gekauft. Ähm, wenn man mehrere Produkte oder ab einem bestimmten Bestellwert hast du sowieso 22% bekommen. Mit dem Code FES22 war das, glaube ich. 20% hast du sowieso bekommen. Und dann FES22, dann hast du dann auch noch Düdelü. Und ab einem gewissen Bestellwert hätte man dann auch noch irgendwie so ein gratis, ähm, Rosenquarzstein bekommen. Wahrscheinlich auch wieder vegan, man weiß es nicht. Ähm, aber das brauche ich ja eh nicht. Und irgendwie hat das bei mir auch nicht funktioniert. Entweder, weil es nicht mehr vorrätig war oder weil ich zu viele reduzierte Produkte im Warenkorb hatte. Keine Ahnung. Auf jeden Fall habe ich mir die True Match Foundation, ähm, das ist ein super Blendebird Perfecting Powder von L'Oreal geholt. Das ist dieses hier. Ich weiß gar nicht, ob das eine Farbe hat. Hast du eine Farbe? Ja. 2R 2C. Vanilla, Vanille, Rosé. Rose Vanilla. Keine Ahnung. Ich habe mir gedacht, so von den Swatches, die ich online gesehen habe, könnte das funktionieren. Jetzt, wo ich das hier so sehe, denke ich mir, ist ein bisschen hell. Aber ich habe auch eine etwas dunkle Foundation drauf, deswegen lässt sich schwer beurteilen, muss getestet werden. Dann habe ich mir auch jetzt endlich mal geholt von L'Oreal den Infallible More Than Concealer Concealer. Ähm, ja. Ne, das ist dieses Produkt. Das haben schon 5 Milliarden Leute die Kamera gehalten. Jetzt habe ich es auch mal hier. Äh, Farbe ist Cashmere 327. Keine Ahnung, ob das funktioniert. Aber ich glaube, ja, ein bisschen hell, ne? Aber der blendet sich ja auch noch aus. Ich muss mal gucken. Äh, ja. Ist jetzt auf jeden Fall neu eingezogen und wird auch mal verwendet. Ich plane ja nicht nur meine Full Face ABC Reihe vorzuführen, sondern auch noch meine Full Face Only Using a Brand Reihe. Also ich bin jetzt ja Full Face Too Faced, habe ich jetzt ja schon gemacht. Vielleicht mache ich auch noch Full Face Essence oder so. Ich weiß es nicht. Ähm, genau. Und wenn man die Produkte gekauft hat, hat man hier dieses Gedöns dazu gekriegt. Das ist von L'Oreal Paris und Karl Lagerfeld. Ich glaube, ja, das ist eine Mascara. Die hat man ja gratis mit dabei gekriegt. Fand ich cool. Habe ich nicht nein gesagt, habe ich mitgenommen. Ja, weil ich diese Kooperation mit Karl Lagerfeld ganz gut finde. Das hat so ein Kunsthaarbürstchen, was minimal schmaler wird in der Mitte. Finde ich super interessant. Au. Wird gar nicht schmaler. Das war eine optische Täuschung. Ich trage meine Brille nicht. Das ist halt ein kegelförmiges Bürstchen. Riecht ganz angenehm. Ähm, eine weitere Mascara habe ich mitgenommen, weil ihr mir die alle empfohlen habt. Leute, sorry. Das ist von L'Oreal die Mega Volume Miss Manga Mascara. Ne? Habt ihr mir empfohlen? Habe ich mitgenommen. Ihr seid schuld. Ja. Die soll super sein. Wird getestet. Und ne. Die Produkte habe ich mir gekauft und das Produkt gab es gratis. So war das. So, jetzt habe ich hier, jetzt kriege ich es wieder. L'Oreal Paris Dazzle. Das ist wohl ein Liquid Lipstick. Fand ich auch ganz interessant. Ne? Eine schöne festliche Farbe ist das. Ja. Wie heißt denn? Dazzle ist dann wahrscheinlich die Farbe. Ja. Irgendwie so. Genau. Und das gab es gratis. 208. Ja. Flashdance. Ne. Das ist der Dazzle in der Farbe Flashdance. Okay. Jetzt habe ich es. Glaube ich. Dann habe ich noch ein bisschen was bei Amazon geshoppt. Ähm. Ja. Als allererstes nehme ich mal das Produkt, was ich hier am schwersten von meinem Tisch runterkriege. Und zwar habe ich mir einen neuen Spiegel gegönnt, der mir zum einen kostenfrei zur Verfügung gestellt wurde. Zum anderen hätte ich ihn mir sonst sowieso gekauft, weil ich ihn mir schon ins Auge gefasst hatte. Aber die hatten mir tatsächlich dann eine E-Mail geschrieben und gefragt, ob ich mir den nicht aussuchen möchte. Und ich hatte den schon länger mal in meinem Warenkorb. Ich habe keine Ahnung, ob das irgendwie zusammenhängt ist, dass sie das quasi mitgekriegt haben, dass ich den drin habe und mich dann... Ich habe keine Ahnung. Auf jeden Fall ist das dieser Spiegel. Äh. Der ist geil. Der ist richtig geil. Ich weiß noch nicht. Ich habe überhaupt keine Ahnung, wie ich den aufladen kann. Also hier ist so ein Ladekabel mit dabei. Ich glaube, da muss ich meinen Stecker für mein Handy dran anschließen und dann kann ich den wieder aufladen, weil ich habe ja noch keine Batteriefunktion drin gefunden. Den kannst du hier auch zuklappen, wenn du halt diesen Ultravergrößerungsspiegel nicht mit dabei hast. Du kannst hier das Licht anstellen, wenn du den anstellst. Ah. Hilfe. Komm her. So. Genau. Dann hast du dann hier erst warmweißes Licht. Du kannst hier auch kaltweißes Licht machen. Je nachdem, wie du das gerade haben möchtest. Finde ich ganz cool. Ja. Und hast dann hier verschiedene Vergrößerungsgeschichten. Da mit dieser Seite arbeite ich tatsächlich am meisten, weil ich da am besten mit gucken kann. Das ist die Hauptseite halt hier. Jetzt seht ihr das Ringlicht. Großartig. Ich spiele hier so ein bisschen rum. Und hier hast du halt so eine ganz ultra krasse Vergrößerung und das ist halt nur so dran gemacht mit Saugnöpfen. Also, ne, habe ich jetzt hier mit Saugnöpfen festgemacht, kann man auch abmachen. Und da kann man sich halt ganz detailliert angucken, wenn man gucken möchte, wie gut eine Foundation gerade wirklich ist und ob sie die Poren nicht doch irgendwie durchscheinen lässt. Ja. Und da hast du echt, also ich weiß gar nicht, ob ich sogar einen Gutscheincode gekriegt habe. Wenn ja, dann blende ich dir den mal ein. Ich versuche, den wieder hier vorne hinzustellen. Aber ich finde den richtig klasse. Ich finde den richtig gut. Und damit kann ich gut arbeiten, weil ihr wisst ja, ich trage ja normalerweise eine Brille und dann ist es manchmal gar nicht so einfach, sich dann von der Entfernung so zu sehen. Und wenn ich hier einen Spiegel habe, der verschiedene Vergrößerungsmöglichkeiten hat, das ist ein Highlight, Leute. Ich sage euch, das ist richtig, richtig gut. Jetzt habe ich hier noch ein paar Last-Minute-Weihnachtsgeschenke, die ich gekauft habe. Und zwar, ich wollte eigentlich für meine Großeltern so einen großen Fresskorb bei uns aus dem Hofladen, also nicht von uns aus dem Hofladen, sondern von uns aus der Nähe aus dem Hofladen holen. Hab mir dann aber gedacht, boah, glaube ich, ganz ehrlich, willst du wirklich am Samstag vor Weihnachten da hinfahren? Da wird die Hölle los sein. Und dann habe ich mir am Freitag überlegt, nein, und habe dann nochmal, während ich tief in mich gegangen bin, überlegt, was könnte ich meinen Großeltern schenken? Mein Opa sitzt tatsächlich sehr, sehr viel vom PC und macht dann Finanzen und keine Ahnung, der macht da alles Mögliche. Keine Ahnung, was der da macht. Der hat auch schon seine Memoiren geschrieben am PC, es ist richtig knuffig, der wird jetzt am 01.01.85, also, ach ja, so ein toller Mann. Und genau, da habe ich mir eine neue Computermaus geholt von Logitech. Das fand ich ganz cool. Ich verlinke dir auch alles, was ich hier so finden kann, unten mal in der Infobox drin. Ich schaue einfach mal. Und das ist die Marathon M705. Frag mich nicht. Also, ich fand das einfach ganz gut. Also, ich fand sie einfach ansprechend. Deswegen habe ich sie genommen. Es gibt so viele Computermäuse und die habe ich jetzt einfach genommen, weil ich fand sie ansprechend. Ich finde es super, dass die Maus an sich so groß ist, weil er so halt wirklich, Opa hat ja keine kleinen Hände. Das ist ja, es ist kein Mensch mit kleinen Händen. Nein, mein Opa ist ein Macher und mein Opa ist auch ein Riese vor allem. Mein Opa ist echt groß, der ist fast zwei Meter. Und, ja, genau. Dann hast du hier halt eine Computermaus mit dabei und hier steht sogar 36 Monate Battery Life. Das fand ich sehr, das finde ich jetzt sehr, sehr geil. 36 Monate Batterielebensdauer. Das sind anderthalb Jahre, Leute. Das finde ich geil. Das ist super. Ja, ist cool. Ist halt eine Funkmaus, das heißt, du steckst den USB-Anschluss an deinen Laptop oder Computer und kannst die Maus dann von überall aus dem Raum bedienen. So, meine Oma ist eine coole Socke und hat aber Probleme immer mit allen möglichen Waschmitteln. Die hat immer ein bestimmtes Waschmittel, was sie nehmen muss. Ansonsten juckt ihr das immer und immer auf eine ganz bestimmte Art und Weise. Und dann habe ich mir gedacht, meine Herren, es gibt doch zur Zeit so, 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 so coole neue Produkte, dass du ohne Waschmittel waschen kannst. Die habe ich dann tatsächlich sogar zweimal bestellt, weil ich die jetzt auch gerade heute, heute ist Waschtag, in Benutzung und Testung habe und Leute, die sind wirklich gut. Da habe ich einmal hier von Fiona den Waschball geholt. So rum ist besser. Das habe ich tatsächlich im Video von Sammy Slimani gesehen, als er seine Weihnachtsgeschenke Ideen vorgestellt hat. Und da hat er den auch vorgestellt und hat mich überzeugt, den auch zu holen, weil es ist ein geiles Geschenk. Es ist ein Öko-Waschball. Du musst keine Waschmittel mehr verwenden. Was ich echt cool finde, sei denn, du hast halt richtig hartnäckige Verschmutzung. Dann nimmst du dir vorher ein bisschen Kernseife und bearbeitest den Fleck vorab. Und das ist halt auch hautfreundlich und hast du nicht gesehen. Und das schaut so aus. Das ist so ein Waschball. Fand ich ganz cool, ne? Der ist einfach mal lila. Die gibt es auch in grün, aber die Farbe ist ja, glaube ich, relativ pelle. Und ja, du hast hier drin halt so ein Granulat. Und dieses Granulat sorgt dafür, wie auch immer, durch irgendwelche Ionenverbindungen und hast ihn nicht gesehen, dass quasi der Schmutz aus der Kleidung rausgeht. Du hast natürlich dadurch, dass du dieses Produkt benutzt, keinen bestimmten Duft in deiner Wäsche drin. Ja. Ich habe ätherische Öle und du kannst einfach hier drauf zwei, drei Tropfen ätherisches Öl geben und das dann so, wie es ist, einfach in der Waschmaschine rein und fertig. Dann riecht die Kleidung ein bisschen halt nach irgendwas, ne? Weil man hat ja immer dieses Gefühl, es muss nach frisch gewaschener Wäsche riechen, bla bla. Es riecht aber im Prinzip nach Waschmittel. Und wenn man halt so ein bisschen, keine Ahnung, noch, ne? Nicht einfach nur nach Wasser die Sachen, also nach nichts, die Sachen riechen haben will, dann macht man da einfach ein bisschen ätherisches Öl drauf. Und das hält sogar, wenn man die Sachen nachher in den Trockner macht. Und zum Trockner kommen wir jetzt. Und zwar habe ich Trocknerbälle geholt. Ich habe ja so Trocknerbälle mir auch mal von Chibo und so geholt, aber die sind dann halt auch aus Plastik und dann habe ich mir gedacht, wie machen wir das überhaupt mit dem Weichspüler? Wenn du diese Trocknerbälle verwendest, brauchst du keinen Weichspüler mehr. Jedenfalls sagt es das Produkt. Und ich muss sagen, ich habe heute auch 40 Grad Wäsche gewaschen. Die fühlt sich auch schön an, also auch schön fluffig, ne? Als hätte ich halt Weichspüler verwendet, was ich cool finde. Und das hier sind sechs natürliche Trocknerbälle, XXL, 100% natürliche Schafwolle. Das kannst du auch in verschiedenen anderen Wollenrichtungen kriegen. Ah, meine Tante war heute zu Besuch. Sie hat das elegant zugemacht. Petra tut mir leid, aber ich muss mal eben ein Schleifchen lösen hier. Genau. Ja, ich will nämlich ein Trocknerbälle zeigen. Muss man etwas kräftiger hier oben ziehen, dass man das auch kriegt. Und genau, man macht das auf und das riecht natürlich ein bisschen nach Schafwolle, was ich jetzt nicht schlimm finde, weil ich mag Schafe. Und ja, hier ist auch ein Schaf drauf. Das ist so niedlich, ne? Noch riechen die ein bisschen, aber zwei, dreimal im Trockner, dann riechen die nach gar nichts mehr. Du kannst ja auch unterschiedliche andere Schafsachen vor allem, ne? Wollgeschichten auswählen, aber ich fand das ganz cool und es sind halt so ganz, ganz harte Bälle, die aber von außen so flauschi sind und die sollen dann tatsächlich den Weichspüler ersetzen. Das finde ich super interessant. Und wenn das halt wirklich hilft, bei sensibler Haut, dass du kein Waschmittel mehr verwenden musst, ich meine, wie geil ist dann bitte dieses Produkt? Richtig geil. Ja. Das habe ich mir selber beantwortet. Das habe ich gut gemacht. Schont und sanft zur Kleidung und es ist fusselfrei. fusselfrei. Natürlich mechanische Weichspüler-Alternative, optimales Lockern von insbesondere Daunenartikeln, also klar, wenn du das dann mit einer Decke oder so in den Trockner reinschmeißt, klar, energiesparend, langlebig, ökologisch und unbedenkliches Naturprodukt und ja, da machst du je nachdem, wie viel du so drin hast, in der, im Trockner, vier bis sechs von diesen Viechern rein und dann kannst du die nachher einfach wiederverwenden oder halt entsprechend trocknen und dann halt wiederverwenden. Also du musst es halt trocken lagern und nicht hier drin lagern, weil nicht gut, dann gammelt das natürlich. Ist logisch, oder? Ja. So, das dazu und habe ich jetzt auch für mich in Verwendung. Also wir haben natürlich noch Waschmittelvorräte, die ich auch brauchen werde, aber ich denke, danach werde ich komplett auf diese Alternativprodukte umsteigen, weil ich die einfach so geil finde. So, und jetzt habe ich noch was für unseren Neffen mitgeholt. Ja, es ist so niedlich. Da gab es bei Amazon so Bilder zu und die fand ich so süß. Das ist halt so eine Krabbe und da machst du dann einfach so dein Kram rein, dein Duschgel oder was auch immer und dann, wie auch immer er das hinkriegt, aber er spuckt dann Schaum aus und dann hast du ganz viel Schaum in der Badewanne und da ist Musik mit bei und das fand ich total großartig und deswegen musste das einfach mit. Es ist jetzt noch zu und es wird auch verschenkt, deswegen will ich es jetzt nicht aufmachen, aber ich verlinke es dir in der Infobox. Ich fand das so, so niedlich und deswegen musste das mit. So, weil ich das niedlich fand, muss mein Neffe das jetzt benutzen. Ihr Lieben, um an der Verlosung teilzunehmen, schreib du mir doch ganz einfach mal unten in die Kommentare rein, welches Produkt du zuallerletzt bei Amazon gekauft hast oder wenn du kein Amazon benutzt, in welchem Online-Shop und welches Produkt. Fände ich interessant, einfach mal um mal zu sehen, was ihr euch so holt. Ja, ihr Lieben, das war es mit dem Video. Ja, ich muss jetzt noch ein bisschen weiter waschen und hier ein bisschen aufräumen, die Sachen wegräumen und vielleicht auch mal so langsam anfangen, Geschenke einzupacken. Hast du schon deine Weihnachtsgeschenke eingepackt? Ich habe noch kein einziges eingepackt. Super, oder? Ich habe sie mega früh gekauft, aber noch keins eingepackt. Läuft bei mir. Ja, wenn dir das Video gefallen hat, dann lass mir doch sehr, sehr gerne einen Daumen nach oben da. Würde ich mich mega drüber freuen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Lass es dir ganz einfach gut gehen. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Ich verlinke dir mal hier oben meine Playlist zu den ganzen Unboxings meiner, äh, Quatsch, meiner ganzen Hauls, verlinke ich dir da, genau. Hier unten meinen neuesten Upload. Auf dieser Seite noch ein Video von mir und hier oben kannst du, wenn du möchtest und es vielleicht noch nicht getan hast, mich sehr, sehr gerne einmal kostenlos abonnieren. Würde ich mich mega drüber freuen. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao!